Die meisten Musiker und Produzenten haben das Gefühl, sie müssen Stars werden, um mit Musik ihr Geld verdienen zu können. Es gibt jedoch andere Wege, ohne dass du bekannt werden musst und du trotzdem von deiner Musik sehr gut leben kannst. In diesem Video zeige ich dir fünf solcher Wege. Hallo und herzlich willkommen bei mir im Studio. Mein Name ist Tom Wettstein und heute schauen wir uns fünf Wege an, wie du als Musikproduzent Geld verdienen kannst, ohne dass du gleich auf der Bühne performen musst. Und zwar als Dienstleister, denn als Dienstleister musst du nicht berühmt werden. Und es gibt hier zwei verschiedene Kundenbereiche. Die B2B und die B2C Kunden. B2B heisst Business to Business, das heisst, du verkaufst deine Musik Unternehmen. Und dann gibt es B2C, das heisst Business to Consumer. Da verkaufst du deine Musik dem Endkunden. Das B2B-Business, also das Business mit Unternehmen, ist lukrativer und du findest auch einfacher potenzielle Kunden. Schauen wir uns mal diese beiden Gruppen an. Im B2C, das heisst, wenn du deine Musik dem Endkunden verkaufst, dann musst du das mit Marketing machen, denn du brauchst eine gewisse Bekanntheit. Du musst auf Social Media präsent sein, du musst eventuell Marketing-Funnels erstellen und vor allem, du musst sichtbar sein, sodass deine Kunden, deine potenziellen Kunden, dir vertrauen. Was du nicht machen darfst, ist einfach anrufen. Denn Kaltakquise ist bei B2C-Kunden gesetzlich verboten. Anders sieht es beim B2B aus. Dort kannst du Kaltakquise machen, du kannst einfach das Telefon oder das Internet durchstöbern und Unternehmen direkt anfragen, ob sie deine Dienstleistung kaufen möchten. Der eigentliche Verkauf ist jedoch meist schwieriger als beim B2C, das heisst, als beim Endkunden, da mehrere Entscheider involviert sind. Es ist jedoch lukrativer. Unternehmen haben mehr Geld und du kannst höhere Preise verlangen. Bei beiden musst du jedoch in Vorarbeit gehen. Du brauchst ein Portfolio mit deiner Musik, damit deine Kunden sehen, was du schon gemacht hast und so Vertrauen zu dir aufbauen können. Schauen wir uns also mal fünf Wege an. Ich habe mir einen B2C-Wege herausgesucht und vier B2B-Wege. Tauchen wir zuerst mal ins B2C rein. Und zwar geht es da um Auftragskompositionen. Und ich meine da nicht einfach Beatmaker-Arbeit. Es gibt ja sehr viele Beatmaker, ich kenne sehr viele, die produzieren einfach Beats, stellen sie auf ihre Webseite oder auf YouTube und warten, dass jemand kommt und sagt, oh, dieser Beat gefällt mir, den möchte ich kaufen. Nein, es geht wirklich um Auftragskompositionen. Das heisst, Künstler kommen zu dir und möchten ganz genrespezifische Musik von dir haben, inklusive Text, Instrumentation, das volle Programm. Da musst du natürlich die genrespezifische Sprache beherrschen. Du musst wissen, wie harmonisch, melodisch du umzugehen hast mit den verschiedenen Musikstilen. Wie klingt ein Song im Stile des Great American Songbook oder ein Schlager oder ein Reggae oder gar Marsch? Da gibt es Kunden, zum Beispiel Singer, Songwriter oder auch Vereine, Blasmusik, Big Bands, da kannst du etwas komponieren oder produzieren für die oder klassische Orchester. Du brauchst eine klare Kenntnis der Formlehre. Denn ein Broadway-Tune ist anders als ein Pop-Tune, der hat andere Teile, der wird anders aufgebaut. Oder ein EDM-Track, der ist anders als ein Kinderlied. Da brauchst du wirklich eine Kenntnis von der Formlehre. Und die Texte, die müssen natürlich dem Stil entsprechen. Es benötigt hier eine enge Zusammenarbeit mit dem Künstler. Und was du immer daran denken musst, verkaufe nicht deine Zeit, die du für das Komponieren und Produzieren des Songs benötigst, sondern verkaufe immer das Resultat, also den Song. Auftragskompositionen machen enorm viel Spass, aber du brauchst schon ein sehr breites Wissen, damit du wirklich dem Künstler gerecht werden kannst. Du musst wissen, wie ist seine Range beim Singen, nicht dass du zu tief oder zu hoch komponierst. Und du musst wirklich die Emotionen herausbringen, die er sich wünscht. Schauen wir uns mal einen zweiten Weg an, und der ist im B2B. Und das ist das Audiobranding. Was ist Branding überhaupt? Das kommt ursprünglich noch von der Viehzucht, nämlich diese Brandzeichen, die man den Rindern aufgedrückt hat, damit man, auch wenn sie sich verlieren, immer weiss, aha, dieses Rind gehört diesem Farmer. Und genau dasselbe ist es beim Audiobranding. Das heisst, du hast einen klaren Wiedererkennungswert. Du musst das Unternehmen klar, auditiv branden. Und diese Wiedererkennung, die kannst du schaffen durch Tonfolgen oder durch einen eigenständigen Klang oder Sound. Zum Beispiel die Telekom, die hat eine Tonfolge. Das ist eine Tonfolge, die kannst du mit jedem Instrument spielen. Du weisst gleich, aha, das ist die Telekom. BMW beispielsweise hat so einen Herzschlag. Das ist mehr ein eindeutiger Sound, ein wiedererkehrbarer Sound. Und dann kannst du natürlich auch das Ganze mischen, wie zum Beispiel Intel oder Windows. Die haben beides, die haben ganz klare Tonfolgen, aber auch einen klaren, wiedererkennbaren Sound. Wann kannst du diese einsetzen? Die Unternehmen, die setzen die ein, beispielsweise bei Intros, bei YouTube oder bei Podcasts oder bei Wetteransagen. Ich habe letztens für eine Firma so ein Logo gemacht und jetzt kommt das immer vor dem Wetter. Und das Wetter wird Ihnen präsentiert von Firma XY. Und das ist noch gut, das wird oft gespielt und das schenkt recht einem mit den Tantiemen. Oder du kannst es für Telefonwarteschleifen, eine gebrändete Telefonwarteschleife für ein Unternehmen. Das ist auch sehr cool. Oder Video-Hintergrundmusik. Ich habe für eine Massageausbildungsfirma habe ich für die Videos so Hintergrundmusik komponiert, so ein Endlos-Loop. Oder Sie brauchen es auch für Präsentationen. Audio-Branding ist ein Riesenmarkt und ich kenne viele Firmen, die sich nur auf das spezialisiert haben. Jingles zu machen, Logos zu machen, irgendwelche kurzen Einwürfe oder kurzen Loops, um eine Firma zu unterstützen und zu branden. Es macht enorm viel Spass, denn du kannst deine ganze Kreativität auf eine sehr kurze Zeit komprimieren und fokussieren. Ein weiterer Weg, um mit der Musikproduktion Geld verdienen zu können, ist mit Filmmusik. Das ist die Komposition auf ein Bild. Da musst du in erster Linie die Emotionen des Films, des Bildes verstärken. Und da gibt es zwei verschiedene Wege. Die szenenorientierte oder stimmungsorientierte Musik, so wie Harry Potter, da unterstützt du einfach Stimmungen. Oder die protagonistenorientierte Musik, so wie Ennio Morricone das gemacht hat. Da hat jeder Schauspieler, jeder Protagonist seine eigene Melodie und so erkennst du ihn wieder. Und dann gibt es natürlich auch das Ganze gemischt. Bei Pirates of the Caribbean beispielsweise ist es schon sehr stimmungsorientiert, aber Jack Sparrow hat manchmal auch seine eigene Melodie. Du benötigst eine grosse Kenntnis von der Instrumentierung und dem Arrangement. Du kannst es elektronisch machen oder auch symphonisch. Manchmal auch gemischt. Und du musst wissen, welche Klänge was bei uns Menschen auslösen. Zum Beispiel Bläser, die sind so episch, kämpferisch. Manchmal auch fast ein bisschen militärisch. Vor allem, wenn sie mit Trommeln noch gespielt werden. Streicher hingegen, die sind eher weich und träumerisch. Und elektronisch kannst du natürlich auch einsetzen. Der Film Tron ist ganz, ganz typisch. Super guter Soundtrack. Auch Tempi und Tonarten spielen eine grosse Rolle. Denn jedes Tempo löst bei uns andere Emotionen aus. Und auch Tonarten lösen andere Gefühle aus. Es gibt ganze Bücher nur über Tonarten. Und natürlich auch die Taktarten. In der Filmmusik werden sehr viele Oddmeters verwendet. Fünf Viertel, Sieben Achtel und so weiter. Und auch das Sounddesign ist sehr wichtig bei der Filmmusik. Beispielsweise beim Film Predator. Diese Elektromarimba, die immer wieder auftaucht, die gehört einfach zu diesem Film. Die kannst du sonst nicht mehr benutzen. Du weisst, immer wenn diese Marimba kommt, oh, jetzt wird es spannend. Oder beim Film Matrix. Auch Matrix hat gewisse Soundeffekte. Die sind einzigartig und für diesen Film reserviert. Überhaupt das Zusammenspiel der Instrumente ist sehr wichtig. Das Arrangement. Also wo befindet sich die Klarinette im Satz und wo die Querflöte oder das Waldhorn. Je nachdem, wo die einzelnen Instrumente gesetzt sind, entstehen total andere Klänge. Wenn ich solche Musik komponiere, dann arbeite ich meist mit einem Komponisten zusammen, der eine riesen Ahnung hat über die Instrumentierung und genau weisst, wenn du diese Stimmung erzeugen willst, ja, dann müssen wir die Klarinette in die Mitte nehmen und so weiter und so fort. Wenn du orchestrale Musik komponierst, dann ist es auch wichtig, dass du weisst, wo die einzelnen Instrumente im Panorama verteilt sein müssen. Die Violinen, die sind ganz links. Die erste Violin, da kommt die zweite Violine, dann kommen die Bratschen, dann die Celli und der Kontrabass, der sitzt hinter den Bratschen und zwischen Bratschen und Cello. Dann zwischen ersten und zweiter Geige sind dann die Klavierpianos oder Harfen und hinter den Bratschen sind die Holzbläser, dahinter noch dann die Blechbläser, dann ganz oben auf der rechten Seite sind die Kesselpauken und so weiter. Und das hat natürlich einen Grund, das sind über Jahrhunderte ist das schon so bei uns eingebrannt und man hat alles Mögliche versucht. Und so klingt es halt einfach am besten. Und auch wie du das Ganze komponierst, dass Bläser eher eng komponiert sind und Streicher eher weit. Und das Ganze benötigt natürlich eine starke Zusammenarbeit mit den Produzenten. Was du auch machen kannst für Filmmusik, sind Folies, das heisst Geräusche, so Libraries mit speziellen Geräuschen, um den Film zu unterlegen. Schritte und zerknülltes Papier oder was auch immer. Leider sind halt schon die meisten Sachen aufgenommen, aber grosse Filme, die benötigen, sind immer wieder Geräuschemacher, also Fowley. Ein weiterer Weg, um als Musikproduzent Geld zu verdienen, ist natürlich mit Werbemusik. Sie fliesst ein wenig in die Filmmusik rein, ist aber schon was anderes. Wenn Filmmusik ein Werk ist, ein Buch ist, dann ist Werbung eher die Headline, der Titel in einer Tageszeitung. Sie muss catchy sein, sie muss kurz sein. Du musst viel mehr wissen über die Länge von Videoclips. Sind sie 30 Sekunden, 20, 12 Sekunden? Ist es für TV oder ist es für Radio? Bei TV, da unterstützt du das Bild, bei Radio, da gehst du eher wieder aufs Branding ein. Und du musst halt einfach die Normen kennen. Und du musst wirklich catchy sein und den Zuhörer schnell packen. Ist ein wenig eine andere Sache als Filmmusik. Was auch noch geht, das ist Nummer 5, das sind Games. Das heisst Game-Musik. Und das müssen nicht zwingend grosse Hersteller sein. Da gibt es auch iPhone-Games. Da gibt es Krypto-Games. Da gibt es so Mini-Games. Ich kenne doch ein paar Leute, die davon leben können. Du kannst so Endless-Loops gestalten, die man immer wieder aneinander anhängen kann, je nachdem, wie lange der Spieler in einem Level ist. Und es ist schon sehr, sehr spannend, weil du kannst auch irgendwelche Emotionen und Gefühle auslösen. Bei grossen Spielen sind die Entwickler meistens mehrere Produzenten. Das sind mehrere Produzenten involviert. Bei kleineren Games kannst du das alleine machen. Bei allen diesen Jobs spielen natürlich auch die Tantiemen eine grosse Rolle. Das heisst, du wirst nicht nur einmal bezahlt, sondern je mehr deine Musik gespielt wird, desto mehr wird dir die GEMA oder die Suisse ausbezahlen. Hier in der Schweiz gibt es sogar noch die Swiss Perform. Da kannst du auch noch etwas mitnehmen. Aber unbedingt musst du mit dem Kunden vorher dich absprechen. Eventuell kannst du auch eine Beteiligung an Verkauf bei Spielen herausschlagen oder einfach sonst der Gewinnbeteiligung. Gut, wie kommst du nun jetzt an Kunden? Das Einfachste ist, du nimmst das Telefonbuch in die Hand, den Telefonhörer und rufst einfach die verschiedenen Unternehmen an. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hört die ganze Zeit Radio und wenn er eine Werbung hört, die einfach schlechten Sound hat, dann ruft er dort an und sagt, hey, ich kann dir bessere Musik machen, sodass du mehr verkaufen kannst. Weisst du, ein Nein hast du ja sowieso schon. Du kannst ja nur gewinnen. Wirst du mehr über die Komposition und die Musikproduktion im Allgemeinen erfahren, dann klicke unten auf den Button unter diesem Video und sichere dir ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Während dieses Telefonats schauen wir gemeinsam, wo deine Stärken und deine Engpässe liegen und welche nächsten Schritte du gehen musst, damit du mit Musik dein Einkommen bestreiten kannst. Also, ich freue mich auf unser Gespräch, lass es grufen und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.